Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ihr automatisch Untertitel mit einer KI-Spracherkennungssoftware erstellen könnt, aus Videos, Tondokumenten und sonst irgendwas. Und das Ganze heißt Whisper, der Flüsterer. Erstmal grundlegend, was Whisper ist. Also das ist eine freie Spracherkennung von OpenAI, also der Firma, die eigentlich nicht für freie Software so bekannt ist, die sowas wie ChatGPT macht und dafür natürlich Geld haben möchte. Diese Spracherkennung kann aus Audiospuren von Videodateien oder auch aus Tondateien so ganz allgemein, also Wave-Dateien, MP3 und was es noch so alles gibt, die Sprache, die da drin vorkommt, in Text umwandeln. Damit das Ganze funktioniert mit verschiedenen Formaten, wird FFmpeg eingespannt. Das ist so eine Bibliothek, so ein Tool, womit verschiedene Audio- und Videoformate gelesen und auch geschrieben werden können. Und damit funktioniert das Ganze. Dabei kann man aussuchen, welche Ausgabeformate man gerne hätte. Also Textdateien kann man damit erstellen lassen oder auch Untertiteldateien im SAT-Format. Und das Ganze kann man dann hinterher hochladen zu verschiedenen Plattformen. Ich habe das gemacht mit einem Video, wo ich automatisch die Sprache in eine SAT-Datei habe umwandeln lassen. Und dann habe ich es bei Peertube hochgeladen. Und das Ganze sogar in zwei verschiedenen Varianten. Denn über Whisper kann man automatisch auch noch die erkannte Sprache auf Englisch übersetzen lassen. Und das ist ganz praktisch, wenn man ein Video auf Deutsch aufgenommen hat und dann vielleicht ein etwas internationaleres Publikum hat. Anders als die anderen Produkte von OpenAI läuft das Ganze lokal auf eurem Rechner. Also ihr könnt das, ohne dass irgendwie Daten abfließen, auf eurem eigenen System laufen lassen. Das funktioniert sowohl, wenn ihr es auf der CPU rausführt, als auch auf der GPU. Wobei ihr dann relativ viel Grafikspeicher braucht, wenn ihr eins von den größeren Sprachmodellen verwenden möchtet. Die natürlich irgendwie besser sind als die kleineren. Diese Sprachmodelle werden automatisch runtergeladen, wenn ihr das erste Mal Whisper anstartet. Und wenn ihr ein zweites Mal dasselbe Sprachmodell verwendet, dann wird es natürlich nicht nochmal runtergeladen. Weitere Informationen zu diesem Projekt gibt es auf GitHub. Und da steht auch bei, wie viel RAM ihr braucht, um welches Modell auszuführen und wie das Ganze funktioniert. Also wenn euch das technisch interessiert, dann guckt da bitte einfach mal vorbei. Kommen wir zur Installation. Unter einem Debian-System oder unter Ubuntu müsste es genauso funktionieren. Dann installiert ihr als Root-Benutzer folgende Pakete. Also einmal dieses Virtual N für diese Python-Umgebung, damit jedes Projekt so eine eigene Umgebung hat, wo verschiedene Bibliotheken drin installiert werden können. Und damit sich das Ganze nicht mit anderem ins Gehege kommt. Dann haben wir hier einmal Git zum Runterladen von der Software selbst. Das ist so ein Versionsverwaltungssystem, ist relativ bekannt, braucht man, um Dinge von GitHub runterzuladen. Und dann gibt es hier PIP Review. Das ist noch so eine Erweiterung für PIP damit. Also PIP ist der Paketmanager von Python. Damit kann man dennoch irgendwie besonders toll Software hinterher aktualisieren. Ja, dann verlassen wir den Root-Nutzer und machen als normaler Nutzer weiter. Wir legen uns erstmal ein Arbeitsverzeichnis an, worin wir die Software installieren möchten. Habe ich einfach mal Whisper genannt, ist irgendwie naheliegend. Dann bauen wir diese Python-Umgebung und aktivieren sie. Danach installieren wir mit diesem einzelnen Aufruf hier diese ganze Software. Die wird dann runtergeladen, da werden Abhängigkeiten installiert, also Python-Module, damit das Ganze alles funktioniert. Und dabei kommt eine ganze Menge zusammen. Denn es werden auch spezielle Bibliotheken runtergeladen für Nvidia, für CUDA. Das ist so eine spezielle Erweiterung, damit die Rechenoperationen nicht auf der CPU laufen, sondern auf der GPU, also direkt auf der Grafikkarte, was deutlich schneller geht. Aber man braucht dafür, naja, kommt darauf an, wer das Modell wahrnimmt. Also für die größeren Modelle braucht man halt deutlich mehr Grafikkartenspeicher. Ja, wenn das Ganze soweit durchgelaufen ist mit der Installation, gucken wir einmal nach. Hier, funktioniert das überhaupt? Und wenn es funktioniert mit dem Aufruf, kriegen wir so eine Hilfeseite, wo steht, welche Optionen das so gibt. Dann, wie verwenden wir das Ganze? Das Ganze läuft über Kommandozeile, also mit Kommandozeilen-Parametern sagen wir den Whisper, was wir machen möchten. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und als erstes machen wir so ein Ausgabeverzeichnis, also habe ich mal Out genannt. Könnt ihr natürlich auch anders benennen, wie ihr es haben möchtet. Dann haben wir hier Whisper, also das Kommandozeilen-Programm, der Befehl zum Ausführen. Und dann geben wir verschiedene Dinge an. Über Modeldir geben wir an, in welchem Verzeichnis die Modelle abgelegt werden sollen. Ja, also da lädt Whisper automatisch dieses Sprachmodell. Es gibt verschiedene, in verschiedenen Größen. Da könnt ihr ja gucken auf der GitHub-Seite, was es alles gibt. Ich habe mich hier für das Größte entschieden, das Large V2. Und wenn das das erste Mal benutzt wird, wird das in dieses Verzeichnis runtergeladen. Dann können wir Whisper hier sagen, welche Sprache unser Eingangsmaterial hat. Mit DE sage ich ihm, das Ganze ist auf Deutsch. Man kann das auch weglassen, Whisper erkennt das automatisch. Aber es soll deutlich besser funktionieren, wenn man das angibt, welche Sprache das ist. Wenn es jetzt Englisch wäre, würde man jetzt DE hinschreiben, FR für Französisch und so weiter und so fort. Das Model gebe ich hier nochmal an. Das muss man immer angeben. Und dann kann ich hier sagen, worauf das Ganze gerechnet werden soll. Ich habe hier als Device CPU angegeben. Also es wird direkt auf der CPU gerendert. Man könnte auch GPU angeben, wenn man das Ganze auf der Grafikkarte rechnen lassen möchte und das mit der Hardware hinkommt. Auf der CPU dauert es natürlich länger. Aber hat man mehr Arbeitsspeicher als Grafikkartenspeicher? Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es meistens der Fall ist. Also die CPU hat einen größeren Arbeitsspeicher, hat also mehr Platz, um das Modell reinzuladen. Aber so eine CPU ist natürlich deutlich langsamer als die Grafikkarte, die wirklich sehr gut optimiert ist für diese KI-Anwendungsfälle. Dann kann man hier noch über Task Translate angeben, dass man das Ganze auch gleichzeitig noch auf Englisch übersetzen möchte. Wenn man das nicht möchte, einfach weglassen. Und dann gehen wir hier noch an, wo wir unsere Transkriptionsdateien hinhaben möchten. Also mein Out-Verzeichnis, da kommt das Ganze rein. Und dort werden je nachdem, welche Dateiausgabeformate ich hier angebe, mehr oder weniger Dateien generiert. Wenn ich das auf All setze, dann wird es in allen möglichen Formaten generiert. In reinem Textformat, in SAT und irgendwie noch anderen Dateien. Und dann habe ich hinterher die ganzen Dateien. Also inhaltlich sind sie natürlich gleich. Also das, was erkannt wird und auch eventuell, wie es übersetzt ist. Aber das Format ist ein anderes. Je nachdem, für welche Ausgabezwecke ihr das Ganze verwenden möchtet, ist es natürlich praktischer. Und so viel Platz brauchen die auch nicht. Von daher würde ich es wirklich auf All lassen. Am Schluss gebe ich noch an, welches meine Eingabedatei ist. Ich habe hier so ein MP4-Video angegeben. Das ist für unsere Ankündigung für ein Software Freedom Day. Da wollte ich denn einmal die Untertitel auf Deutsch und Englisch haben. Habe ich zweimal durchlaufen lassen. Einmal habe ich das hier mit angegeben, damit ich es auf Englisch habe. Und wenn ich es weglasse, dann habe ich es auf Deutsch. Und damit war ich dann relativ schnell durch. Was kommt da insgesamt raus? Also die Übertragung von dem Ton zu Text funktioniert extrem gut. Das hier ist der Link zu unserem Software Freedom Day Video, den wir mal ganz schnell während unserer Kilo Open Source und Linux Tage aufgenommen haben. Und wo Jean Dinge erzählt. Und ich mache eigentlich bloß Gemassen dazu, weil ich auch irgendwie keinen Text hatte. Von daher war es ganz praktisch. Und das hier ist aber rausgekommen. Also insgesamt ist es sehr gut. Also es stimmt eigentlich alles. An einer Stelle dachte ich, hä, das müsste ein Fehler sein. Aber nein, das hat Jean wirklich so gesagt. Was allerdings nicht erkannt wird. Also wir genießen gerade den Software Freedom Day mit Trucks. Also Tux, der Pinguin von Linux, das Maskottchen. Das heißt hier nicht Trucks. Komischerweise funktioniert das Ganze in der Übersetzung. Da steht wirklich Tux, also Tux, der Pinguin. Das funktioniert da. Keine Ahnung, wie das Netz das an der Stelle macht. Wahrscheinlich über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, dass es da an der Stelle Tux heißen soll und nicht Trucks LKW. Dann, was nicht wirklich gut funktioniert, sind so weitere Eigennamen, sage ich mal. Also guckt euch das Video an. Also da steht so ein Spiel Laptop und da läuft Super Tux Kart. Also so ein Autorennspiel für Kinder bei. Und da macht das dann auch wieder Trucks draus. Also Tux, Trucks und so weiter. Und Kart, also Karten wie Kartenspiel, ist natürlich auch falsch. Und es ist auch nicht, also es ist auch nicht deutsch. Und in der Übersetzung ist Tux wieder richtig. Aber Kart wie Kartenspiel ist auch wieder drin. Insgesamt aber eine ziemlich gute Leistung. Und wenn man jetzt so als Mensch das Ganze nur so hört, ohne Bild dazu, ohne Bezug dazu, würde man vielleicht auch sagen, wenn man Tux nicht kennt, hat John vielleicht Trucks gesagt. Und Super Trucks Kart, vielleicht ist das ein englisches Kartenspiel, was man nicht kennt. Also von daher eine extrem gute Leistung, würde ich sagen. Was kann man jetzt machen, wenn man so eine Nvidia Grafikkarte hat, aber die nicht so viel Grafikspeicher hat, damit das Ganze reinpasst? Man kann das versuchen zu optimieren, indem man diesen Parameter her setzt. Also man setzt so eine Umgebungsvariable. Die setzt man vorher, bevor man diesen Whisperaufruf macht. Das kann funktionieren, dass das dann hinterher einfach besser aufgeteilt ist mit dem Speicher und dass das Modell dann reinpasst. Wenn das nicht gehen sollte, kann man ein anderes, beziehungsweise natürlich ein kleineres Modell verwenden. Und wenn das immer noch nicht hinkommt, auf der CPU rechnen, dauert natürlich deutlich länger. Aber das sind so die Wege, wie man das Ganze verwenden kann. Dann kann man das Ganze auch noch aktualisieren, indem man wiederum diese Python-Virtuelle Umgebung anstartet und dann über das PIP-Review sich Informationen darunter holen lässt, was da jetzt gerade irgendwie anders ist in der neuen Version. Und über diesen Befehl hier kann man die Software selbst aktualisieren. Das war es auch dieses Mal. Mal relativ kurz, denn bei den Kilo Open Source und Linux Tagen, da ist immer noch eine Menge Arbeit hinterher zu tun. Also eine Menge aufzuräumen und so weiter und so fort. Und ja, viele andere Projekte sind deswegen auch liegen geblieben. Ja, probiert das Ganze gerne einmal aus. Whisper ist wirklich ein tolles Produkt, Projekt. Macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann.